Musik 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 1,1 Er hätte 2,2 in der Schule gedacht und mein Ex-Mann hatte 3,6 Ja, das ist ungefähr das was wir auch machen Und als Entschuldigung war das genau sein das hat ihn super gefasst Er hat ihn nur mit 1 gemacht Ich finde das doch nicht wichtig wenn die Note machen kann Ich finde es richtig dass man das kann und tut Freude tut und sagt das ist das richtig Und wenn man scheiße kann hat man eine 2 1,1 oder eine 1 oder eine 3 oder für 3,6 ist glaube ich schon gut Das ist ja 3,9 2,1 Nein, kann ich ihm das nicht gefangen nehmen? Ja, ja.